Was ist denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Okay, verstehe ich das richtig? Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was meint? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Das ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuche dir nur zu helfen. Macht sie krank. Ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Diese Tapete praktisch ein Leben lang gesehen. Wißt du, dass ich krank bin, ja? Ja. 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 Ich bin in diesem Haus. Ich bin in diesem Haus darunter. Ich bin in dem Haus. Ich bin in diesem Haus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017